Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Der gezielte Spielaufbau, wie immer auf meinem YouTube-Channel Ja Leute, und ihr könnt ja im Titel schon lesen, Insane Sprint Boost, ja Was für ein Sprint Boost ist denn das, was ich euch jetzt hier zeigen möchte Und ich muss euch sagen, ich hab das vor allem in der letzten Weekend League besonders gemerkt Dass ich halt das unbewusst immer wieder gemacht habe Es hat sehr viel mit dem No-Touch-Stribbling zu tun, ja Also mit der L1-Taste und mit der R2-Taste Ihr wisst ja, dass das No-Touch-Stribbling allgemein nicht mehr so gut funktioniert in FIFA 17 Aber es gibt einen Spot, sag ich mal Wo man einen unglaublichen Sprint Boost dazu bekommt Und somit sich direkten Vorteil verschaffen kann gegenüber dem Gegner Weil man halt nun mal schneller weg ist und gleichzeitig seine Spieler schicken kann Damit sie in die Lücken laufen, ja Das hat also gleichzeitig auch was mit gezieltem Angriff zu tun, ja Wenn ihr einen Spieler gezielt schickt, dass er da reinläuft, um halt den gefährlichen Pass zu spielen, ja Und diese Pässe funktionieren auch richtig gut Ich hab hier nämlich zwei Szenen vorbereitet, wo ich euch zeigen werde, wie ihr diesen Boost verwenden könnt, ja Und welche Pässe man quasi so initiieren kann, also gleichzeitig auch welche Laufwege Aber ihr seht da oben auch, also ich hab nicht die beste Weekend League gespielt letzte Woche, leider Also insgesamt waren es nur 34 Siege Ich hab so, ich war komplett unzufrieden mit meiner Leistung, aber ich hab das Positive daraus genommen Ich hab dann einfach mir einige Spiele auch angesehen und hab halt auch wirklich gemerkt, dass ich relativ unbewusst auch oft diesen Boost verwendet hab Und ihr im Chat aber auch im Stream gefragt habt Wie gesagt, du verwendest sehr häufig, Joker zum Beispiel hat da auch gefragt, das weiß ich noch Ich verwende sehr häufig jetzt die Alliance-Taste, ja Eher unbewusst, aber halt auch wegen diesem Boost Und den werde ich euch jetzt hier zeigen, Leute Und das kann euch echt einen Vorteil verschaffen im Spiel Und wir steigen auch direkt hier in die erste Szene quasi ein Also ihr seht, ich passe mit Naingolanda runter auf Florenzi So, und wir sind jetzt hier in einer Situation, da ist alles ganz normal Der Gegner hat alles unter Kontrolle, meine Spieler stehen hier Ja, ich hab halt hier Mané, Messi und Ronaldo So, viel zu machen ist hier nicht, ich könnte hier laufen, das mach ich auch Ich laufe hier und ihr seht, wie ich hier den Ball gezielt mir vorlege Mit dem No-Touch-Tribbling, ja Und dieses normale No-Touch-Tribbling würde ich nur machen, wenn ihr so viel Raum habt, wie ich jetzt hier gerade Ja, da legt sich nämlich den Ball etwas zu weit vor Und der Boost ist überhaupt nicht der, wie letztes Jahr Das ist, wenn man es im Lauf macht Ja, wenn ihr zum Beispiel hier im Lauf seid, so wie ich hier gerade Ich bin im Lauf und dann drücke ich halt No-Touch Und ihr seht, er legt sich den Ball so weit vor Und Boost sehe ich da fast keinen, ja Aber, was passiert ist, dass ich diesen Spieler hier schicke Mané, achtet mal drauf Ich drücke halt L1, ja, und ihr seht, wie er läuft Und ich schicke ihn und schicke ihn und könnte jetzt Diesen Pass hier spielen, ja Zu diesem Thema, wie man gezielt über die Flüge quasi den präzisen Steinpass spielt Mit der R1 und Dreieck Da habe ich ein Tutorial gebracht Ich glaube, der gezielte Spielaufbau, die Folge 1 war das Packe ich unten in die Beschreibung, könnt ihr euch anschauen Das möchte ich jetzt nicht nochmal erklären Weil da habe ich es schon sehr gut erklärt Das hilft euch definitiv weiter Also einfach abchecken, ja In der Beschreibung Und genau Worum es hier jetzt hier geht Ist eher dieser Boost, den man bekommt Aber nicht irgendwann Sondern, ihr werdet es jetzt gleich sehen Wann Ich passe jetzt hier nach oben Ich habe es mir anders überlegt Passt herauf So, ich bin jetzt mit Messi hier am Ball Okay Ich bin mit Messi am Ball Und was ich jetzt mache, Leute Ist, ganz kurz das No-Touch-Dribbling zu verwenden Achtet mal jetzt drauf, ja Achtung, was jetzt bei Messi passiert Schaut mal Seht ihr diesen Boost, den er hier bekommt Wie schnell Messi plötzlich wird Und ich mache den Pass auf Ronaldo Und schieße das 1 zu 0 direkt in der zweiten Spielminute Ja, das war genau so gewollt, Leute Weil ich gemerkt habe einfach In den ganzen Spielen Dass es einfach so gut läuft Und was ich halt gemacht habe Es waren zwei Sachen gleichzeitig, ja So, ich habe hier einerseits Übelsten Boost bekommen Indem ich am Stand Und das funktioniert nur Wenn ihr den Ball annehmt, Leute Und noch keinen Schritt gemacht habt Am Stand Dann macht ihr diesen Boost Wenn ihr schon ein, zwei Schritte euch bewegt Und dann er zwei macht Halt No-Touch-Dribbling Dann wird das nicht mehr klappen Dann macht er diesen komischen Move da Wie Florenzi vorhin Ihr müsst das machen Wenn ihr den Ball annehmt Also der Pass kommt hier quasi Ich lasse mal laufen Der Pass kommt von Naingolanov-Messi Achtet mal drauf Ich mache keinen einzigen Schritt Der Boost kommt sofort Immediately Quasi Wie man es auf Englisch sagen würde Achtung Seht ihr das? Und nur dann Bekommt er diesen Boost Das heißt Wenn ihr den Pass macht Müsst ihr bewusst Hier Pass Und jetzt drückt ihr L1 und R2 Ja Ihr tippt Ihr haltet quasi R2 für Sprinten Und tippt L1 nur ganz kurz an Ganz kurz L1 antippen Und dann Was ihr dann macht Ihr Bekommt diesen Boost Ja Ich habe zwei gemacht Weil es zwei Sachen sind Ihr bekommt den Boost Bam Und gleichzeitig Achtet mal Schickt ihr Ronaldo Und ich wollte genau das Was ich hier geschafft habe Ich wollte genau Dass Ronaldo hier reinläuft Und ich den Pass spiele Weil ich aber so schnell Mit Messi auch unterwegs war War der Gegner ein bisschen verwirrt Und wusste nicht genau Soll er drauf gehen Soll er nicht drauf gehen Was soll er machen Ja Ihr seht das hier Ja Er wusste nicht genau Was er machen soll Er hat halt abwartend verteidigt Und Ronaldo läuft genau dahin Wo ich möchte Spiele den Pass Und schieße das Tor Da war er einfach überfordert Ja Weil einfach Messi Auch so schnell gestartet ist Schaut euch das an Ja Hier nochmal Boom Schaut mal wie schnell Messi Hier wird Und Ronaldo läuft genau In die Lücke Und ich spiele den Pass Das ist ein gezielter Angriff Mit L1 Mit Spieler schicken Leute Wenn das so gelingt Dann habt ihr genau das erreicht Was ihr wolltet Ihr habt den Spieler geschickt Ich lese auch sehr oft In den Kommentaren Deswegen auch unter anderem Auch dieses Video Ich lese sehr oft Auch in den Kommentaren Mirza Meine Spieler bewegen sich kaum Ja Ich habe keine Anspielstation Meine Spieler laufen nicht In die Lücken Ja Leute Ihr könnt die Spieler Wenn sie sich von selbst Nicht bewegen Ihr könnt sie aktiv schicken Mit der L1 Taste Ja Indem ihr L1 drückt Schickt ihr den Spieler So wie hier gerade Ronaldo Geschickt wurde Und dann spielt ihr Diesen Pass In die Lücke Genau das gleiche schicken Wie hier am Flügel Ja Ich bin hier am Start drücke Hier schon L1 Ihr seht das Wie ihr Gas gibt Ja Und ich hätte diesen Pass Spielen können jetzt hier Im präzisen Steilpass Hier über die Flügel Dann wäre ich hier gewesen Aber es wäre schwer geworden Ich habe mich das doch Für die Mitte entschieden Weil ich eben schon wusste Das funktioniert Ja Ich passe dann nach oben Gleich auf Messi weiter Und jetzt kommt der Boost Ronaldo läuft Und ich warte ab Warte ab Und spiele dann den Pass Mit Dreieck Und einfach nur easy Easy dann ins Tor Und das funktioniert Wirklich sehr oft Leute Ich habe das unbewusst Sehr sehr häufig gemacht Vor allem wo ich dann Wieder auf 4-3-3 Offensiv umgestellt habe Das funktioniert so gut Leute Ihr müsst es einfach testen Ja Und ich zeige euch In der nächsten Szene noch Ja Und das ist die zweite Und letzte Szene Was dieser Boost Noch so bewirken kann So Ich passe hier mit Pogba Auf Messi Ich lasse diese Szene Jetzt einfach mal laufen Schaut euch das hier an Boost Ich bin so schnell unterwegs Niemand kommt mir hinterher Ich laufe an allen vorbei Und schieße Einfach ins lange Eck Mit Messi Und das Tor Wer hätte gedacht Dass ich von hier Von hier Moment Was ist hier los Wer hätte gedacht Dass ich von hier Plötzlich alleine Vom Tor stehe mit Messi Niemand Aber ihr seht auch hier wieder Der Pass kommt Ja Der Pass kommt Und schaut mal Ich mache keinen einzigen Schritt Boom Sofort der Boost Seht ihr Der Ball der da abgeprallt ist Das war Messi Er konnte den Ball Nicht vernünftig kontrollieren Ja Ich habe nicht aktiv Mit Springtaste Oder was auch immer Den Boost gemacht Also ich meine Mich bewegt Ich habe einfach den Ball angenommen Der Pass kommt Ich nehme den Ball In die Laufrichtung Quasi an Und sofort Macht ihr den Boost Ja Ihr dürft ja nicht aktiv Noch den Stick halten Und einen Schritt machen Sonst war es das Ja Ihr dürft den Ball maximal Hier annehmen In die Richtung So wie ich das gerade gemacht habe Ja Ich nehme den Ball An in die Richtung Und sofort Tippt ihr L1 an Und R2 Taste habt ihr gedrückt Ja Dann passiert das Achtung Hier Boom Seht ihr Und der ist so schnell Dass die Spieler Die kommen gar nicht nach Schaut euch das an Die kommen gar nicht hinterher Und natürlich kann man jetzt sagen Ja Es ist Messi Aber Leute Messi hat auch nur 99 Unter Anführungsstrichen Ja Wenn wir die ganzen anderen Spieler vergleichen Nur 99 Tempo Mehr hat er nicht Weil es gibt so viele Spieler Wenn ihr Hunter drauf klatscht Habt ihr so viele Spieler vorne Mit 99 Tempo Ja Ganz egal wen Wenn ihr da vorne hinstellt Jeder der über 90 Antritt hat Und ihr haut dem Hunter drauf Hat der 99 Tempo Wie Messi Ich hab das gleiche schon tausendmal Mit Martial Und mit Mané gemacht Zum Beispiel Ja Scheißegal mit wem Es funktioniert Ihr braucht nur Auf einer Linie Und mit dieser Geschwindigkeit Der kommt mir nicht hinterher Ja Das ist echt interessant Wie schnell man dann wird Und wenn die Spieler sich dann noch bewegen Ihr habt ja oben gesehen Als ich das gemacht habe Schaut mal Hier Martial Seht ihr wie er dann gezeigt hat Ich hätte den Pass hier spielen können Ja ich hätte ihn spielen können Aber ich hab gerne verzögert noch Und abgewartet Was der Gegner macht Und da hat sich halt die Lücke angeboten Und ich bin durchgelaufen Und hab das Tor gemacht Also ihr habt da nämlich mehrere Varianten Ja das war Messi halt Das war auch die zweite und letzte Aktion Also Viele Szenen gibt es hier Jetzt in dem Fall nicht Es gab Dutzende Aber die sind alle ähnlich aufgebaut Ja Das heißt ihr könnt entweder über die Flügel Ihr könnt entweder den Spieler schicken Quasi damit Oder ihr holt durch den Boost Und schickt gleichzeitig den Spieler Ja und dann könnt ihr passen Oder einfach mal laufen Laufen und versuchen Leicht die Richtung zu ändern So wie ich das mit Messi am Anfang gemacht habe Ja um Verwirrung zu stiften So hier Seht ihr das Ich laufe hier auch nicht Komplett nur geradeaus Sondern ich laufe so zick zack Bisschen rechts links Ändere die Richtung Damit ich den Gegner ein bisschen verwirre Ja Und der nicht genau weiß Was ich mache Und dann in dem Moment Spiele ich halt den Pass Und mache das Tor Ja Also So viele Möglichkeiten gibt es Wenn ihr diesen Boost Vernünftig anwendet Ihr schickt den Gegner Ihr schickt den Spieler Plus ihr habt unglaubliches Tempo Und verwirrt damit den Gegenspieler Ja Und ich bin sicher Das wird euch weiterhelfen Ihr müsst es testen Einfach nur trainieren Immer wieder ausprobieren Leute Und dann in der Weekend League Damit Vollgas geben Ja Ich hoffe Euch hat dieses Video hier gefallen Wenn ja Dann zeigt mir das doch bitte Mit einem Daumen hoch My Friends Abonniert meinen Channel Wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt Jetzt habe ich nicht erwähnt 1000 Likes werden natürlich wieder Hammermäßig Ja das ist unser Mindestziel immer Wäre Wahnsinn Und ja In der Beschreibung Findet ihr natürlich Meine weiteren Social Media Kanäle Könnt ihr gerne abchecken Und schreibt ins Kommentarfeld Hat euch das geholfen Und was wollt ihr Als nächstes sehen Das war es für heute Und wir sehen uns Bei der nächsten Ausgabe Tschüss Bis dann